Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegane Lebensweise. Veganismus ist nicht nur ein Trend, sondern eine bewusste Entscheidung für einen nachhaltigen Lebensstil. Pflanzliche Ernährungsweisen werden mit einem geringeren Risiko für Herzerkrankungen, Typ 2 Diabetes und bestimmten Krebsarten in Verbindung gebracht. Diese Entwicklung hin zu einer pflanzlichen Ernährung ist äußerst positiv. Sie unterstreicht aber auch, wie wichtig eine ausgewogene Nährstoffzufuhr ist. Vegane Ernährung kann unglaublich gesund sein. Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte Nährstoffe zu kurz kommen, die oft in tierischen Produkten enthalten sind. Vitamin B12, Omega-3-Fettsäuren und Eisen sind nur einige Beispiele dafür. Genau hier kommen vegane Nahrungsergänzungsmittel ins Spiel. Sie schließen die sogenannte Nährstofflücke. Nahrungsergänzungsmittel stellen sicher, dass Veganer alle Nährstoffe erhalten, die ihr Körper benötigt. Sie ersetzen jedoch nicht eine ausgewogene Ernährung. Stattdessen ergänzen sie die Vorteile einer pflanzlichen Lebensweise. In einer Welt voller verarbeiteter Lebensmittel können auch Nicht-Veganer von Nahrungsergänzungsmitteln profitieren. Vegane Nahrungsergänzungsmittel haben sich weiterentwickelt. Die Zeiten von kreidigen Pillen und Fadenpulvern sind vorbei. Heute gibt es innovative, wohlschmeckende und wirksame Alternativen. Diese Präparate sind auf eine optimale Aufnahme und Bio-Verfügbarkeit ausgelegt. Das bedeutet, dass ihr Körper die enthaltenen Nährstoffe leicht verwerten kann. Vegan Vitale ist nicht nur ein Name. Es ist ein Konzept. Es steht für die Vitalität und Gesundheit, die man mit einer veganen Ernährung erreichen kann. Es geht darum, die Bedürfnisse des eigenen Körpers zu verstehen. Es geht darum, Nahrungsergänzungsmittel zu wählen, die den pflanzlichen Lebensstil optimal ergänzen. Wir werden die wichtigsten veganen Nahrungsergänzungsmittel für 2024 vorstellen und ihre Vorteile beleuchten. Diese Vorteile untermauern wir mit wissenschaftlichen Studien. Dies ist ihr Leitfaden, um fundierte Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. Denken Sie daran, dass Nahrungsergänzungsmittel auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt sein sollten. Faktoren wie Alter, Aktivitätsniveau und allgemeiner Gesundheitszustand spielen dabei eine Rolle. Es ist immer ratsam, einen Arzt oder Heilpraktiker zu konsultieren. Sie können Ihnen eine persönliche Beratung basierend auf Ihren individuellen Bedürfnissen anbieten. Begeben wir uns gemeinsam auf diese Reise zu optimaler Gesundheit. Lassen Sie uns die Welt der veganen Nahrungsergänzungsmittel erkunden und ihr Potenzial voll ausschöpfen. Gemeinsam können wir ein gesünderes und lebendigeres Leben führen. Der Markt für vegane Nahrungsergänzungsmittel boomt. Ständig kommen neue Produkte auf den Markt. Werfen wir einen Blick auf einige der beliebtesten und vielversprechendsten Optionen für 2024. Vitamin B12 Dieses Vitamin ist entscheidend für die Nervenfunktion und die DNA-Synthese. Es kommt hauptsächlich in tierischen Produkten vor. Veganer müssen oft supplementieren, um einem Mangel vorzubeugen. Achten Sie auf Präparate mit Methylcobalamin, einer gut absorbierbaren Form von Vitamin B12. Omega-3-Fettsäuren Diese gesunden Fette sind essentiell für die Gesundheit von Herz, Gehirn und Augen. Leinsamen und Kiasamen enthalten zwar ALA, eine Omega-3-Fettsäure. Unser Körper kann diese jedoch weniger effizient in EPA und DHA umwandeln. Nahrungsergänzungsmittel auf Algenbasis liefern eine direkte Quelle für EPA und DHA und sind daher eine gute Wahl für Veganer. Eisen Eisen ist lebenswichtig für den Sauerstofftransport im Blut. Pflanzliche Eisenquellen werden nicht so leicht aufgenommen wie Hämeisen aus tierischen Quellen. Die Einnahme eines Eisenpräparats kann helfen, einer Eisenmangelanämie vorzubeugen, insbesondere bei menstruierenden Frauen. Vitamin D Vitamin D, oft auch als Sonnenvitamin bezeichnet, wird vom Körper mithilfe von Sonnenlicht selbst produziert. Viele Menschen, Veganer wie Nicht-Veganer, leiden unter einem Vitamin-D-Mangel. Eine Nahrungsergänzung, insbesondere in den Wintermonaten, kann die Knochengesundheit und die Immunfunktion unterstützen. Abschnitt 4 Die Kraft der Pflanzen Die Vorteile entdecken Jedes vegane Nahrungsergänzungsmittel bietet einzigartige Vorteile. Lassen Sie uns erkunden, wie sich diese Präparate auf Ihren Körper und Ihr allgemeines Wohlbefinden auswirken. Vitamin B12 unterstützt das Energieniveau. Die kognitive Funktion und die Bildung roter Blutkörperchen. Es ist während der Schwangerschaft für die Entwicklung des Fötus von entscheidender Bedeutung. Omega-3-Fettsäuren wirken entzündungshemmend, verbessern die Herzgesundheit und unterstützen die Gehirnfunktion. Sie sind außerdem gut für die Gesundheit von Haut und Haaren. Eisen bekämpft Müdigkeit, verbessert die sportliche Leistungsfähigkeit und unterstützt die kognitive Entwicklung. Für Schwangere ist es wichtig, auf eine ausreichende Eisenversorgung zu achten, um sowohl die Gesundheit der Mutter als auch die des Babys zu gewährleisten. Vitamin D stärkt die Knochen, kurbelt das Immunsystem an und kann sogar eine Rolle bei der Regulierung der Stimmung spielen. Für ältere Menschen ist es besonders wichtig, Osteoporose vorzubeugen. Abschnitt 5 Die Wissenschaft hinter der veganen Nahrungsergänzung Die Wirksamkeit veganer Nahrungsergänzungsmittel wird durch wissenschaftliche Forschungsergebnisse gestützt. Werfen wir einen Blick auf einige Studien. Eine im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichte Studie ergab, dass eine Vitamin-B12-Supplementierung die kognitive Funktion bei älteren Erwachsenen mit niedrigem Vitamin-B12-Spiegel verbesserte. Untersuchungen, die in der Fachzeitschrift Circulation veröffentlicht wurden, zeigten, dass Nahrungsergänzungsmittel mit Omega-3-Fettsäuren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen mit Herzerkrankungen in der Vorgeschichte senkten. Eine im Journal of Nutrition veröffentlichte Studie zeigte, dass eine Eisensubstitution den Eisenstatus und die Müdigkeit bei Frauen mit Eisenmangelanämie verbesserte. Das Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism veröffentlichte Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass eine Vitamin-D-Supplementierung die Knochenmineraldichte bei Frauen nach der Menopause verbesserte. Abschnitt 6 Verbessern Sie Ihre Gesundheit mit Vegan-Vitale Die Einnahme dieser Nahrungsergänzungsmittel kann Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden deutlich verbessern. Und so funktioniert's. Steigerung des Energieniveaus Vitamin B12 und Eisen spielen eine wichtige Rolle bei der Energiegewinnung. Eine Nahrungsergänzung kann Müdigkeit entgegenwirken und ihre allgemeine Vitalität steigern. Verbesserte Stimmung und kognitive Funktion Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D unterstützen die Gehirngesundheit und können sich positiv auf die Stimmung und die kognitive Leistungsfähigkeit auswirken. Verbesserte sportliche Leistungsfähigkeit Eisen ist essentiell für den Sauerstofftransport, der für die körperliche Ausdauer unerlässlich ist. Ein ausgewogener Eisenspiegel kann die sportliche Leistung und Regeneration verbessern. Gestärktes Immunsystem Vitamin D spielt eine wichtige Rolle für die Funktion des Immunsystems. Eine Nahrungsergänzung, insbesondere während der Grippesaison, kann die Abwehrkräfte Ihres Körpers stärken. Abschnitt 7 Mit veganen Nahrungsergänzungsmitteln in eine gesündere Zukunft Mit dem Aufstieg des Veganismus gewinnt auch die Bedeutung veganer Nahrungsergänzungsmittel zunehmend an Bedeutung. Diese Präparate sind nicht nur etwas für Veganer. Sie sind für alle, die ihre Ernährung optimieren und ihre Gesundheit verbessern wollen. Indem Sie sich über die Vorteile informieren und die richtigen Nahrungsergänzungsmittel auswählen, können Sie mit einer pflanzlichen Ernährung erfolgreich sein. Denken Sie daran, sich von einem Arzt oder Heilpraktiker persönlich beraten zu lassen. Nutzen Sie die Kraft der Pflanzen und der Nahrungsergänzungsmittel. Investieren Sie in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Entscheiden Sie sich für vegan. Vitale und erschließen Sie sich eine gesündere und lebendigere Zukunft. Vitale und kittens sind für die Zukunft.